So, dann geht es hier mal eine Runde und dann nehmen wir 50, 4.50 Euro, los geht's. Genau, herrlich bitte. Die 5. Mensch, wunderbar. Die 5. Mensch. Na, warte. 8 Euro ohne. Das ist ja ein Hut nahe. Die 5 Euro ohne. 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 Die 9 Euro ohne. Die 5 Euro ohne. Die 5 Euro ohne. Die 5 Euro ohne. dann machen wir auch keine anstreiten mehr es wird aber knapp gewonnen so zerwonnen so muss das jetzt die fünfte noch dazu das kommt da muss noch ein drüber stecken Kann noch nie gewesen sein. Leider kannst du volle Tonne holen hier. Ihr könnt ja auch mal richtig im Roma loslassen hier. Ja. Na, wie ich es doch hier nochmal? Ach, was ist der? Jetzt ist das Wahnsinn. So los, weiter zum nächsten Spiel. So, dann gibt es hier mal eine Runde Freispiele. Dann sind wir aber mal gespannt, was das wird. Ah, mal schön viel wilde Krempel darin. Na, hier im Rauch. Sie sind rot. Sie sind rot. Sie sind rot. Sie sind rot. Die sind rot. Sie sind rot. Es klingelt. Klingelt es immer gut. Es riecht noch mehr. Es kommt auch so ein richtiger Knaller jetzt mal hier langsam. 12 gibt da noch rund 20 Action Games. 152 und 20 Action Games. Na los, also war ich gespannt jetzt. Ah, nicht so. Na ja, Auszahlen war doch ja nicht mal so schlecht. Und hier gibt es heute mal eine Wunde. Crystal Ball. Cool. Ein K. Feuer frei. Okay. Halt. 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 Hier ist schon mal anfang. Und schenkst du uns noch fünf. Heute leider nicht und na 4 nehmen wir mit. So dann wollen wir mal schauen wie groß unser Bäumchen hier wächst. Los. So, das kommt mir eine Menge Heuvenbräufe. So wird das nicht so. Und dann gibt es noch die letzte Chance. Es klingelt. Ein paar Action Games rückt dann auch raus. Zwei Stück. Ach los, wir gönnen uns jetzt Spaß machen. Vielleicht ist ja eine 7 versteckt. Oh, knapp daneben. Zumindest hat er sie gegeben. Dann schauen wir mal bei Nights Live rein. Los gehts. Los, nun muss er langsam anstimmen. Ja. Schwache Veranstaltung. Mann ey. Und es wurde sich mal wieder gewünscht. Mein absoluten Lieblingsspiel. Natürlich nicht. Aber wir schauen mal rein. Ja. 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 Na dann. Ja. Jawoll! So oder so ähnlich? Man hat es gelap, ja, ja, ja! Ah, das war mir auch mal! ein paar gerne mehr davon so, jetzt brauchst du aber die Mitte voll machen voll kaputt oh freibitze mal hoch mal los Komm mal, voll! Schade! Und kaputt! Einmal Spielwechsel! Und heute wollen wir mal hier eine Runde drehen. Los geht's, am Hotel! Und schauen wir dafür uns halt hier. Und schon mal ein paar mehr davon. Und? Ach, schade! Oh, kaputt! Schade! Man, natürliche neue Ragen hier. Und dann, guck dir erstmal hier aus. Schade! Und noch was los. Das ist ein neues Tor. Oh! Oh, leid Hans! Mein Gott, ich kann aber nicht wahr sein. Probieren wir mal zwei. Oh, Geie! Schöne Ding! 86! Ei, 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 ei! Hallo, es kommt wieder. Vielleicht gibt es sofort Gewinner. Guck an, guck an! 108! Wie immer! Guck noch was dazu oder macht er sonst kaputt? So, genau. Mal los! Schade! Und kaputt! Naja, immerhin! So, Spielwechsel! Und hier kommt mal ein richtig geiles Bild drin. 500 Tacken um einem Euro Einsatz. Mega geil! Guck dir das an doch! Geil! Auszahlen würde ich sagen. Sehr hübsch! Ja! 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 Ja!